Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Im vergangenen Jahr diskutierten wir über die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Da ich es gewagt hatte, anzumerken, dass rund 90 Prozent der tatverdächtigen Plünderer, die das Leid der Flutopfer für ihr Diebeswerk missbrauchten, Ausländer waren, wurde ich mit einem Ordnungsruf gemaßregelt. Der SPD-Kollege Hartmann beschimpfte mich als unverantwortlichen Hetzer und Spalter. Wie es unverantwortliche Hetzer und Spalter. CSU-Innenpolitikerin Wittmann schämte sich für mich. Aber das, was ich vorher gehört habe, erschüttert mich und ich schäme mich. Da ich die Wahrheit ausgesprochen hatte, fassen wir einmal kurz zusammen, was wir über die mehrheitlich nichtdeutschen Plünderer wissen. 632 Eigentumsdelikte trafen die Opfer der Flut, 275 ermittete Tatverdächtige, 196 davon Fremde, Ausländer. Immerhin kam es zu 48 Verurteilungen, aber selbstverständlich keiner einzigen Abschiebung. Und mit Ihrem heutigen Antrag ist es wie mit der Aussage Ihres CDU-Vize aus NRW, Golland, der vollmundig und schneidig im Fokus forderte, wer so handelt, gehört hart bestraft und hat sein Gastrecht verwirkt. Das, was Sie, liebe CDU-CSU, betreiben, ist konservative Mimikrie. Sie gebärden sich in Ihrem aktuellen migrationspolitischen Antrag geheilt und tragen doch weiterhin die Migrationssucht in sich. Denn überall, wo Sie regieren, tragen Sie die suizidale Massenmigrationspolitik der anderen linken Parteien mit. Und so wird mir Angst und Bange, wenn Sie fordern, dass die Migrationslage in der Bundesregierung endlich Chefsache werden müsse. Uns allen graut noch vor der Zeit, als die Migrationspolitik unter der CDU-Chefinnensache war. Wenn Sie es mit Ihrem Antrag ernst meinen, schweißen Sie erst mal in NRW, wo Sie in Verantwortung sind, die migrantischen Langfinger raus, die die Flutopfer beklauten. Dann starten Sie unter Ihrem Ministerpräsidenten Hendrik Wüst eine Rückführungsoffensive für die rund 200 islamistischen Gefährder in NRW. Dann beginnen Sie endlich die Massenmigration nach Deutschland nicht euphemistisch als liberal zu verharmlosen, sondern bezeichnen Sie die Massenmigration als das, was sie ist, selbstmörderisch und immer wieder häufiger tödlich. Vielen Dank.